Zu Weihnachten haben wir uns für die Kochschuhe etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Liebe Zuschauer, worauf dürfen wir uns freuen? Liebe Zuschauer, wir machen einen weihnachtlichen leckeren Putenrollbraten für Ihr Heiligabend- oder Feiertagsfest. Und einen leckeren schwedischen Glöck dazu. Deswegen unbedingt einschalten, kochen mit Anixe, Gummans schnelle Küche, samstags um 16.30 Uhr auf Anixe Plus.